Gut, ich blende gerade meine Fackel, so, genau, hier, hier, so, na gut, das Ganze will ich jetzt auch nicht ausgeben, so, dann haben wir das schon mal erledigt, gut, dann können wir uns eigentlich auch schon mal Zaun bauen, und bevor ich es vergesse, weil das wird nämlich auch ein bisschen dauern, weil ich gerne auch mit diesem Holz hier bauen möchte, brauche ich natürlich auch die Bäume hier für, ne, dann würde ich sagen, wo ist hier freie Fläche, ähm, hier, gut, dann mache ich hier ein bisschen frei, dann mache ich ein bisschen mehr Platz hier, aber nice, Leute, wir haben eine Höhle gefunden, also Minenschacht, nicht nur eine Höhle, sondern ein richtiger Minenschacht, da könnte richtig guter Stuff drin sein, also ich hoffe, dass ich in einer Mine Kartoffel oder Karotte finde für die Schweine, denn sonst ist richtig nicht angelockt, das wäre ziemlich unpraktisch, wenn es mal so zu sagen, aber gut, so, machen wir dich auch mal hier weg, und dann sollte auch das Eisen ready sein für mein erstes Schild, so, dann wollen wir nochmal schauen hier, perfekt, als hätte ich es gewusst, so, dann ist nochmal die Frage, wie man noch ein Schild baut, ich glaube, ich weiß noch, wie das ging, ich glaube, das war so, 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 und dann musste ich so, und, nein, ich weiß es nicht mehr, warte mal hier, blablabla, da, Schild, okay, tut mir leid, war close, so, ich kenne leider auch nicht mal alles auswendig, so, ha, jetzt bin ich geschützt, okay, was machen wir uns noch, da machen wir auch nochmal eine Schere, können wir nicht auf die Spinnweben abmachen, ähm, so, was können wir uns denn noch machen, der Steinschwert, würde ich sagen, reicht erstmal, ich glaube, uns zu schützen, ja, wir haben nur fünf, ne, was können wir dann, okay, wir können Helm machen, oder Schuhe, na gut, das, das lohnt sich noch nicht, ne, also, wenn es Brustmaster gewesen oder sowas, dann würde ich sagen, ja, okay, aber das lohnt sich tatsächlich eher weniger, gut, aber gehen wir erstmal hier essen fahren, ja, ja, das Essen, was einen auch immer hier wieder, so, gut, ich glaube, ich hätte das nicht so, so zwei reinmachen dürfen, das war ein bisschen unüberlegt, ja, die stecht mich aber auch immer hier, egal, jetzt haben wir ein bisschen essen, so, okay, Leute, ich würde sagen, wir haben Fackeln, deutlich Fackeln, so, wir haben ein Schild, das bedeutet, falls uns jemand angreift, können wir uns ein bisschen wehren, was wir uns, glaube ich, noch machen sollten, wir haben ein paar Steinspitze, genau, wir können es auch nach Eisenspitze machen, dann können wir wieder runtergehen in die Höhle und gucken, was uns da erwartet, gut, ich glaube, wir machen uns mal drei Stück an Stein, dann haben wir da ein bisschen und Eisen, 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 genau, eine Eisen, für gute Zeug, für meine guten Freunde, ihr wisst Bescheid, so, genau, haben wir das jetzt hier auch, so, genau, dann Schere zurück, das wollen wir nicht verlieren, Steinachst, brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht, ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück in die Höhle, denn unser Weizen braucht halt noch ein bisschen, egal, so, erstmal hier, können wir ein bisschen Licht machen, so, genau, nicht, dass da unten gleich die Spinnen hier alle entgegenkommen, aber ich glaube, da unten war ein Spinnenspawner, was eigentlich richtig geil wäre, weil da kann man wirklich später im Let's Play irgendwann mal so eine richtig geile XP-Farm bauen, ich schon wieder die Krise hier, ne, so, wir haben uns, glaube ich, da unten hingebaut, ne, kann das sein, ja, ich glaube schon, so, nicht da, so, jetzt weiß, wie lang es geht, so, okay, wir sind jetzt unten angekommen, da kommen Schienen, bauen wir auch mal ab, ich meine, noch habe ich keinen Card, um irgendwelche Schienenaktivitäten auszuüben, aber egal, ach, fuck, jetzt habe ich die Schere vergessen, ne, ja, das war jetzt natürlich dämlich, egal, okay, so, okay, was wir hier so haben, ne, warte mal, ja, darüber braucht es nicht lang, so, ja, wenn ihr die Spinnen seht, Leute, sagt Bescheid, ne, hier scheint eine große Kreuzung zu sein, aber jetzt weniger mit Monstern hier, okay, 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 ja, irgendwie ist ja noch wenig, äh, Rohstoff hier, ne, so, erstaunlich wenig, okay, da ist der Spring Spawner, ne, ich bin hier mal weg, ähm, okay, Spring Spawner ist gefunden, Leute, mehr oder weniger gut, ich meine, gut für XP-Farm, ne, das macht das Ganze hier, glaube ich, eigentlich ganz cool, die Station hier, das wäre jetzt nicht ganz geplant, ey, und nein, Leute, war es nicht, die wäre jetzt tatsächlich zufällig gewesen, aber ich mag das mal hier, aber irgendwie ist ja noch wenig an Rohstoffen, was mich hier ein bisschen wundert, um ehrlich zu sagen, Ha, Wir haben Eisen, aber was ich viel lieber hätte, wäre diese, so, so, MinCard, ne, da sind ja einfach richtig geile Sachen drunter, Die fehlen mir gar nicht. War ja klar. So. Hier, gucken wir mal weiter. Keine Rohstoffe, keine Rohstoffe. Da ist Eisen. Okay, perfekt. Baue ich hier aber noch die Schiene ab. Denn das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man die Schiene abbaut, dass man weiß, okay, hier war ich schon. Hier ist theoretisch nichts mehr zu holen. So. Ich meine, ich werde auch irgendwann einen Spawner, also ich bin Spawner auch mal außer Geschäft festsetzen. Das bedeutet, ich tue halt Fackeln dahin. Aber dafür, um das hinzukriegen, braucht man schon gewisse, ja, Rüstung. Weil die Spinnen spawnen ja und die kleinen Höhlenspinnen sind tatsächlich ein bisschen giftig, um es mal so zu sagen. Egal. So. Gehen wir erstmal hier lang. Gehen wir uns erstmal hier auch das Eisen wieder. So. Auch immer nur zwei hier, ne? Egal. Gehen wir mal weiter. Gehen wir halt nicht weiter. Haben wir das auch schon geklärt. So. Gut. Ist das Hirschchen Zombie hier? Ja gut, Zombie ist jetzt nicht so der krasse Gegner. Warte mal, ist da noch ein Spawner? Äh, lol. Hier sind mehrere Spawner. Das Eis. Mein Cut. Okay. Keine Monster hier? Sehr schön. Ich will hier noch nutzen, das ist immer kritisch hier. Also so ein Zombie ist kein Problem, ne? Die kann ich gut abbrennen mit meinen Schildern. Aber so Skelett ist schon... Wenn man komplett ohne Rüstung ist das schon was anderes. Und dann würde ich sagen... Okay. Und unten ist ein großes Spot. Egal. Leute. Ne? Finger drücken. Was das Gutes da drin ist. Äh... Rote Beete. Ja, nice. Rote Beete. Ich glaube damit kann man auch... Kürbiskerne haben wir schon. Aber rote Beete ist nice. Rote Beete ist nice. So. Ich glaube damit kann man auch Schweine anlocken. Ich bin mir zwar nicht so 100% sicher. Aber... Warum nicht? So. Ah, da hinten ist noch mein Cut. Okay. Perfekt. Also wir haben schon mal eine pflanzbare... Sache gefunden. Vielleicht finden wir auch hier Melonen. Melonen wären praktisch, wenn wir die hier finden. Oh fuck. Da ist das Skelett. Oh fuck. Ähm... Ähm... Okay. Übliche Belege gerade. Das kann jetzt nicht mehr zu mir. So. So. Da war auch glaube ich ein Creeper. Uh, Namensschild. Okay. Rote Beete. Okay. Haben wir eigentlich alles schon. Egal. Nehmen wir trotzdem alles mit. No free stuff. Ja, da ist ein Creeper. Oh, da ist ein Zombie. Komm her. Komm her. Ich hab keine Angst. Außer bis... Bis die Miniaturform. Babyzombie. Die sind... Die sind auch zu heftig. Komm her. Na? Du hast Angst. Du hast Angst. Okay. 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 So. Ich würde sagen, wir safen erstmal unsere rote Beete. Das war aber gut genug Action erstmal hier. Okay. Ähm. Nee. Spin Spawner. Wollen wir noch nicht lang? Wollen wir den Weg zurück finden hier, ne? Okay. Hier ging es nicht lang. Okay. Ich würde mal sagen, dann müssen wir da vorne. Hier lang. Ja. Okay. So. Sehr schön. Ähm. Ne. Ich finde den Weg zurück nicht. Irgendwo wird er auch hier sein. Dann müssen wir weiter hier lang. Ja. So. Genau. Hier, hier ist der große, große, irgendwo ist eigentlich ein großer Raum. Da ist ja andere Spin Spawner und dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Wenn wir hier lang sind, müssen wir hier... Ja. Hier sind wir richtig. Okay. Dann mache ich mir hier mal so, so mehrere Fackeln, dass man hier weiß, hier sind wir richtig. So. Und hier geht es lang. Sehr schön. So. Na, erkennt ihr das Problem? Manchmal findet man einfach den Weg nicht mehr wieder zurück. Das ist, äh... Ah. Manchmal kritisch. Muss ich ehrlich sagen. Manchmal ist das kritisch. So. Dann. Gucken wir mal, ob unser Weizen gewachsen ist. Ah. Ich glaube, wir haben Nacht. Ah. Kritisch. Egal. Was wir essen. Was wir eigentlich auch mal machen könnten, wäre erstmal so ein paar Fackeln oben hin zu blenden, dass da oben nicht so viele Monsters spawnen, falls mal Nacht wird. Und dann kann man, glaube ich, auch in der nächsten Folge mal anfangen, uns ein kleines, einfaches Haus zu bauen. Also, einfach bedeutet einfach nur so ein bisschen Holz und... Äh! Ne. Ne. Akzeptiere ich nicht. Akzeptiere ich nicht. Ne. Komm her. Ja? Komm her. Komm her. Komm her. Peace. Los. Ey, yo. Von allen Seiten hier, ne. Das könnte hier... Oh, wir haben einen Bogen bekommen. Okay, wir haben keine Pfeile, aber einen Bogen. Aber einen Bogen. Okay, sehr schön. Äh. Dann. Nein. Nein, 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 nein. Das wäre doch viel zu einfach hier, ne. Meine Sachen in die Luft jagen, ne. Ne. Akzeptiere ich nicht. Wo bist du, Scherz-Creeper? Da ist er. Oh. Oh, 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 oh. Puh. Also etwa so, 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 so das Pulsanzeige. Ich glaube, die wäre gerade gut nach oben gegangen. Ei, 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 das war knapp. Okay, hier, paar Fackeln hier, das waren wir ein bisschen. Das war ja mein Zuhause hier. Ich werde ja mein Zuhause bedroht. Finde ich nicht gut. Ich meine, das Monster spawnen halt immer. Das ist auch gerade alles hier nur ein bisschen provisorisch, aber muss ja nicht sein. So, dann machen wir hier oben auch mal eine Wacke. Okay, kann ich nicht. Dann hier kann ich. Okay. Gut. So. Das Weizen. Die Frage, ist das schon reif? Ich weiß es nicht. Egal. So erstmal hier die Sachen wieder schön in die Kiste packen. So. Genau hier die rote Beete. Die pflanzen mal direkt an, würde ich sagen. Und dann mal schauen, was uns das schöne Teil hier bringt. So. Wir haben acht Stück. Eins. Ups. Eins, zwei, drei, vier, 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 sechs. Äh. Sieben. Acht. So. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir rote Beete mal angepflanzt. Kürbis hatten wir leider schon vorher. Deswegen ist das nichts Neues. Aber egal. Vielleicht hilft das ja gegen, beziehungsweise es hilft uns die Schweine einzufangen mit rote Beete. Ich bin mir da mal nicht so sicher. Egal. Aber wie man sagen, dann macht hier mal einen Cut, Leute. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Wombat. Ciao.